Hallo Jackie, wie geht es dir? Ich bin so froh, dass wir im Kurs 210 zusammen sind. Ich bin so froh, dass wir Partnerinnen sind. Also ich habe ein bisschen Fragen für dich, okay? Die erste Frage ist, was ist oder hast du im neuen Jahr Beschlüsse? Und warum und warum nicht? Ich glaube, dass ich keine Beschlüsse habe. Also, you know, Gesundheit essen und spazieren gerne mit meinem Hund. Aber ich habe keine Zeit, also ist okay. Also die zweite Frage ist, was ist deine Hoffnung für den neuen Jahr? Genau mit Covid oder mit Gesundheit oder Schüler. Für Schüler, ich hoffe, ich kann mein Bestes machen. Schule ist sehr schwer und stressig und wir haben keine Zeit, zu machen Hausaufgaben. Also ich hoffe, ich kann alle meine Hausaufgaben machen. Die dritte Frage ist, gehst du am Urlaub dieses Jahr? In Juli habe ich einen Urlaub gemacht, geplant. Ja, oder so. Mein Urlaub ist in Branson, Missouri. Das ist 4 Uhr West, nein, Osten auf mich hier in Tonganoxie. Und ich bin so aufgeregt, in Branson zu haben, so viele Dinge zu machen. Ja, Essen, gutes Essen ist immer wichtig. Wir haben Einkaufssyndrom, wir haben Einkaufssyndrom, 2, 3, 4 Einkaufssyndrom und Family Side, das ist immer wichtig, okay? Ja, und es ist nur Januar, aber ich bin sehr aufgeregt. Also das ist alles. Ich glaube, ich bin sofort, dass du hier in diesem Kurs und ja, tschüss.